Yo, heyho Leute, hier wieder TheBloodhead. Let's Plays am Start. Ja, und bei mir sind der liebe Modloader und der Backpack-Mod. Das will ich euch heute mal präsentieren. Ist einer der einfachsten Mod, hat eine Funktion, und zwar euch das Inventar zu vergrößern. Aber mehr erfahrt ihr am Ende, wenn ich im Spiel online bin. So, jetzt will ich euch erst mal zeigen, wie ihr den downloadet und was ihr damit machen müsst, damit er funktioniert. Als erstes geht ihr auf die offizielle Backpack-Seite. Dort könnt ihr euch dann ganz einfach den Backpack-Mod downloaden. Steht hier auch ganz klein, Download hier. Dann habt ihr schon mal, ach, wer schreibt mich denn da jetzt schon wieder an, egal. Dann habt ihr schon mal diese Datei, den Silent auf 1.2.5. Ja, nun könnt ihr damit noch nicht ganz so viel anfangen. Dazu braucht ihr nämlich noch Rizugamis-Mods, beziehungsweise Rizugamis-Modloader. Ja, den downloadet ihr euch hier auf der Seite. Einfach, ähm, Direct Download. Und dann könnt ihr euch den downloaden. So, ich hab den ja auch schon, wie ihr seht. Ähm, nun können wir die Seite eigentlich schließen. Öffnen mit Windows-Taste und R das Ausführen-Fenster und geben dort %AppData% ein. Bestätigen das Ganze mit der Enter-Taste und kommen nun in den Roaming-Ordner oder in das Roaming-Verzeichnis. Dort öffnen wir den Punkt Minecraft-Ordner. Dann gehen wir auch ganz schnell in den Binnen-Ordner. Sehen dort eine Minecraft-Punkt-Jar-Datei. Machen Rechtsklick da drauf und öffnen die mit Winra. Ja, ähm, dann holen wir uns den Modloader natürlich auch mit Winra ran oder Winzip oder 7zip oder wie auch immer. Und, äh, packen hier alle Dateien rüber in den, in das Jar-Verzeichnis. Dort, falls ihr noch keinen Mod installiert hattet, seht ihr einen, ja, wie soll man sagen, einen Ordner. Und der heißt Meta-Inf. Den löscht ihr natürlich, weil ansonsten funktionieren diese Mods nicht. Ja, wenn alles rübergezogen ist, schließen wir den Modloader wieder, öffnen den Backpack-Mod. Das sind nicht besonders viele Dateien und ein Ordner. Dann ziehen wir das alles auch rüber. Und, ähm, ja, schon haben wir den Backpack-Mod installiert. Starten das Spiel und dann müsste alles funktionieren. Ja, also, war ein sehr cooles Tutorial. Dann sehen wir uns gleich im Spiel wieder und, dann erkläre ich euch die weiteren Funktionen von diesem Backpack-Mod. Bis gleich. Heyho, Leute, ja, hier ist The Pluthead, Let's Plays wieder. Ähm, ja, das TNT-Mod-Tutorial war erfolgreich. Ihr seht hier gerade den Kratermark. Ja, das abgeschlossen. Wartet kurz. Ich werde mal eben kurz was machen. Zack, zack. Zack, zack. So, ja, und zwar, da schmeißen wir mal gleich in den Mülleimer. Ja, ich habe hier jetzt, ähm, mal für den Backpack-Mod alles vorbereitet. Und zwar, ihr craftet euch den ganz einfach. Ah, hier seht ihr schon den Backpack. Ihr müsst einfach nur acht Leder haben. Schon könnt ihr euch einen ganz normalen Backpack craften oder einen Rucksack. So, ähm, ja, und schon habt ihr den. Natürlich, ähm, ihr könnt den mit allen möglichen Farbstoffen, die ihr auch beim Wollefärben benutzen könnt, natürlich einfärben, hier zum Beispiel mit Rot. Dann kriegt ihr einen roten Rucksack. Ups, da habe ich was vertauscht. Ja, dann haben wir ein Red Backpack. Ja, gut, ähm, das kann ich ja alles wieder wegpacken hier. Ja, diese Rucksäcke machen eigentlich nur, dass ihr halt hier wie eine Kiste sozusagen freien Platz kriegt. Wenn ihr sterbt und diese Rucksäcke verbrennen, ist natürlich alles, was da drin ist, auch weg. Ähm, nochmal kurz Tag. Ne, geht dann gerade die Sonne auf? Ja, aber ihr habt halt freien Platz. Nur ihr könnt jetzt keine Rucksäcke in Rucksäcke packen. Also, ihr könnt jetzt nicht unendlich viel machen. Ja, dann gibt es noch eine zweite Art von Rucksack, und zwar den Diamant-Rucksack. Und zwar, den kräftet ihr euch wie den normalen Rucksack, nur eben mit Diamant. Ups, da bin ich tatsächlich auf den Feld. So, jetzt aber. Hier in Diamanten rein. Leder drumherum. Zack, zack, zack. Schon habt ihr einen Magic Backpack. Das Besondere an diesem Magic Backpack ist, wenn ihr jetzt hier, oh, da war schon was drin. Packt mal das mal raus. Wenn ihr jetzt hier diesen Diamant-Block reinpackt, ja, dann ist er natürlich hier drin. Wenn ihr jetzt hier einen rausnehmt, ich wähle den an, ist der hier auch drin. Also, ihr könnt von überall auf diese Dinger zugreifen. Das bedeutet, wenn ihr jetzt, ähm, zu Hause einen liegen habt, so wie hier, so, ihr geht auf Minentour, ähm, meint euch was, denkt, oh, das darf ich nicht verlieren, so, dann packt ihr es in den Rucksack rein, zack, zack, fallt aber dann in Lava. Das, äh, demonstrieren wir hier mal schnell. Mit ein wenig Lava. So. Wahrscheinlich wird die ausgehen. Fallt in Lava und euer Rucksack ist weg. Genauso wie der auch. Dam, dam, dam. Über die anderen Rucksäcke könnt ihr nicht drauf zugreifen. Und dann geht ihr nach Hause und seht, ihr habt noch einen da zum Glück. Und bam, auf einmal ist alles da. Also, man kann von überall auf diesen Rucksack zugreifen und alles reinpacken, wie sozusagen, wie soll man sagen, ein, ein Internetpostfach. Ihr könnt von jedem Computer der Welt drauf zugreifen und von jedem Computer der Welt was da reinpacken. Also, wie, ja, wie soll man das sagen? Ja, wie so ein E-Mail-Postfach eben. Ja, das war soweit der Backpack-Mod. Ich hab euch gezeigt, wie ihr die craftet. Ihnen wirklich, also die verschlingen nicht wirklich was an Ressourcen. Sind sehr nützlich, wenn man da ein Magic Backpack zum Beispiel dabei hat. Man kann wirklich alles reinpacken, glaube ich, bis auf andere Rucksäcke. Ja, was gibt's, was du noch zu sagen? Ich find den Mod sehr gut, weil, ja, es ist halt sehr nützlich, was halt oft vorkommt, wenn du in der Mini was Tolles gefunden hast und dann stirbst du und findest deinen Todespunkt einfach nicht mehr wieder. Und das ist ja wohl, das hat ja jeden bestimmt von uns schon mal aufgeregt. Falls nicht, habt ihr noch nie richtig Minecraft gespielt. So, schnell mal was essen. So, ja gut, ähm, das war's jetzt von mir und haut rein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls noch Fragen bestehen oder irgendwas unklar ist, einfach unten einen Kommentar darunter schreiben. Ähm, ja, wenn's euch gefallen hat, äh, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo oder irgendwas, äh, was ihr halt für richtig und angebracht haltet. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Minecraft zocken mit diesem Backpack Mod und haut rein. Tschüss, bis dann.